Heute nehme ich euch weit in die Vergangenheit mit. In eine Zeit, kurz nachdem Jesus auf Erden lebte und auch nach Jerusalem, das eine große Rolle von jeher spielt. Und auch in der frühen Kirche wurde uns bereits Schauungen zuteil, die sich sehr genau auf unsere Zeit projizieren lassen. Begleitet mich also zum heiligen Cyril von Jerusalem. Der heilige Cyril von Jerusalem. Ein Mann, der den Kampf um den wahren Glauben in der turbulenten Zeit des Arianismus führte. Seine Geschichte ist voller Entbehrungen, theologischer Debatten und vor allem tiefem Glauben. Stell dir vor, du lebst in einer Zeit, in der das Christentum noch jung ist, die Kirche sich noch entwickelt, aber auch heftig um die richtige Lehre gerungen wird. Du wirst Zeuge von theologischen Auseinandersetzungen, in denen es nicht nur um philosophische Unterschiede geht, sondern um den Kern des christlichen Glaubens. Wer ist Jesus Christus? Ist er Gott gleich oder nur ein Geschöpf Gottes? Genau in dieser Zeit lebte Cyril von Jerusalem. Er wurde um das Jahr 315 in einer christlichen Familie geboren und erhielt eine außergewöhnliche Ausbildung. Sowohl in christlicher als auch in heidnisch-griechischer Literatur. Diese Bildung prägte ihn zutiefst und bildete das Fundament für seinen späteren Weg als Theologe und Bischof. Aber lasst uns einen Schritt zurück machen. Die Welt, in der Cyril lebte, war alles andere als ruhig. Kaiserliche Politik, Machtkämpfe innerhalb der Kirche und tiefgreifende theologische Fragen bestimmten den Alltag. Cyril wurde von Maximus von Jerusalem um das Jahr 348 zum Priester geweiht und trat bald dessen Nachfolge als Bischof von Jerusalem an, einem der fünf bedeutendsten Bischofssitze des Christentums. Doch dieser Aufstieg brachte auch große Herausforderungen mit sich. Zu Beginn seiner Amtszeit wurde Cyril in zwei große Streitfälle verwickelt. Der erste betraf den Ehrenprimat Jerusalems. Primat vom lateinischen Primus der Erste, bezeichnet die Vorrausstellung des Papstes in der Kirche. Gemeint ist nicht nur der Ehrenvorrang auch als Ehrenprimat bezeichnet, sondern die Vollmacht, für die römisch-katholische Kirche verbindliche Regelungen zu treffen, auch Jurisdiktionsprimat genannt. Der Bischof von Rom ist zwar nicht Vorgesetzter der Bischöfe, aber als Papst ist er Universalbischof der ganzen Kirche, also des Bischofskollegiums. Jerusalem als heilige Stadt hatte eine besondere Stellung, doch diese Stellung war umkämpft. Der zweite und weitaus bedeutendere Streitpunkt war die Auseinandersetzung mit dem Arianismus, einer theologischen Strömung, die lehrte, dass Christus nicht gleich Gott sei, sondern ein geschaffenes Wesen. Diese Lehre stand im direkten Widerspruch zum Glaubensbekenntnis des Konzils von Nikea, das 325 festlegte, dass Christus wahrhaft Gott ist. Sein Gegner in beiden Fällen war der Bischof Akatius von Caesarea, der ihn selbst zum Bischof geweiht hatte. Akatius war ein Anhänger des Arianismus wie viele Christen seiner Zeit und nutzte seine Macht, um Cyril immer wieder ins Exil zu schicken. Diese Exile machten 16 von insgesamt 38 Jahren seiner Amtszeit aus. Eine harte Zeit für Cyril, doch er blieb standhaft. Aber sehen wir uns näher an, was der Arianismus war. Der Arianismus war mehr als nur eine theologische Differenz. Es ging um das Verständnis der Dreifaltigkeit, die Frage, ob Jesus wirklich Gott ist oder nur ein Geschöpf, und damit auch um die Rolle des Erlösungswerks Christi. Viele Kaiser, besonders im Osten des Römischen Reiches, unterstützten den Arianismus. So war es lange Zeit schwierig für die rechtgläubigen Christen, wie Cyril, Fuß zu fassen. Doch Cyril gab nicht auf. Er litt, ja, aber wie andere bedeutende Kirchenführer seiner Zeit, wie Athanasius von Alexandrien, stand er zu seiner Überzeugung. Der Kampf dauerte Jahrzehnte, und erst auf dem Zweiten Ökumenischen Konzil von Konstantinopel im Jahr 381, an dem Cyril selbst teilnahm, wurde der Arianismus offiziell verurteilt und die Lehre von der Gottgleichheit Christi erneut bestätigt. Neben seinen theologischen und politischen Auseinandersetzungen hinterließ Cyril ein reiches Erbe an Schriften. Vor allem sind 24 Katechesen von ihm überliefert, die er um das Jahr 350 hielt. Diese Ansprachen richteten sich an die Taufbewerber, die sogenannten Katechumenen, und wurden in der Grabeskirche von Jerusalem gehalten, die unter Kaiser Konstantin errichtet worden war. Für Cyril war der Ort der Kreuzigung Christi der Mittelpunkt der Welt. In seinen Katechesen sprach er eindringlich über das Kreuz und die Erlösung. Ein besonders bemerkenswertes Zitat lautet, Gott breitet am Kreuz seine Hände aus, um die äußersten Enden des Universums zu umarmen. Es ist ein kraftvolles Bild, das Kreuz als Angelpunkt der Welt, als Zentrum der Geschichte und des Glaubens. Für Cyril bedeutete das Kreuz nicht nur Leiden, sondern auch universelle Erlösung. Dies wollte er den Taufbewerbern verdeutlichen, die durch ihre Taufe in das Geheimnis des Glaubens eingeführt wurden. In seinen mystagogischen Katechesen erklärte Cyril den Katechumenen, was es bedeutet, in die christlichen Riten einzutauchen. Von der Bedeutung des Krisermülls über die Eucharistie bis hin zur Taufe selbst. Besonders die Taufe wurde von Cyril in bildhaften Worten beschrieben. Er sagte, dreimal seid ihr ins Wasser getaucht worden, um die drei Tage der Grablegung Christi zu versinnbildlichen. Dieses Wasser des Heils ist für euch Grab und Mutter gewesen. Hier wird deutlich, dass die Taufe für Cyril weit mehr war als ein bloßes Symbol. Sie war ein tiefgreifender spiritueller Akt. Der den Menschen verwandelte. Cyril war nicht nur ein bedeutender Theologe, sondern auch ein einflussreicher Liturgiker. Er war wohl der Erste, der den Begriff der Wandlung für das Geschehen der Eucharistie verwendete. Also die Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi. Die von ihm gefeierte Liturgie in der Grabeskirche von Jerusalem beeinflusste die Entwicklung des Mesritus weit über die Grenzen Jerusalems hinaus. Seine Schriften und seine Liturgie hinterließen einen bleibenden Eindruck in der christlichen Welt. Selbst Pilger, die nach Jerusalem kamen, trugen seine Liturgie in ihre Heimatgemeinden. Cyril starb am 18. März 386, aber sein Erbe lebt bis heute weiter. Im Jahr 1883 wurde er von Papst Leo XIII. zum Kirchenlehrer ernannt, was seinen herausragenden Beitrag zur Theologie und Liturgie würdigen sollte. Sein Leben zeigt uns, dass der Glaube oft harte Kämpfe erfordert. Nicht nur mit äußeren Feinden, sondern auch innerhalb der eigenen Gemeinschaft. Doch Cyril blieb standhaft und setzte sich für die Wahrheit des Evangeliums ein, die er trotz aller Widerstände verteidigte. Während die anderen Prophezeiungen der Heer das heilige römische Reich im Zeitalter des Friedens wiederherstellen wird, zeigt der Katechismus des heiligen Cyril, dass der Antichrist danach kommt und bei der Wiederkunft Christi besiegt wird. In den folgenden Schauungen wird deutlich, dass der Antichrist bereits zu dieser Zeit, denn immerhin stammt der Seher aus einer Zeit, die noch nicht lange nach Christi wirken liegt, eine bedeutende Rolle spielte und die Angst vor seinem Tun allgegenwärtig war. Trotz allem ist davon auszugehen, dass die Schauungen sich auf die Jetztzeit beziehen. Jedenfalls deckt sie sich mit vielen anderen Prophezeiungen und zeigt deutlich, wie sich die Endzeit entwickeln wird. Aber sehen wir uns das Ganze etwas genauer an. Zitat aus der schatechtischen Vorlesung Nummer 15, Absätze 12 und 13 Absatz 12 Aber dieser oben genannte Antichrist wird kommen, wenn die Zeiten des römischen Reiches erfüllt sein werden und das Ende der Welt sich jetzt nährt. Es werden zehn Könige der Römer gleichzeitig aufstehen, die vielleicht in verschiedenen Teilen, aber alle ungefähr zur gleichen Zeit regieren. Und nach diesen ein Elfter, der Antichrist, der durch seine magische Kunst die römische Macht an sich reißen wird. Und von den Königen, die vor ihm regierten, wird er drei demütigen und die übrigen sieben wird er sich unterwerfen. Zunächst wird er tatsächlich den Anschein von Milde erwecken, als wäre er eine gelehrte und verständige Person und von Nüchternheit und Güte. Und nachdem er durch die lügnerischen Zeichen und Wunder seiner magischen Täuschung die Juden verführt hat, als wäre er der erwartete Christus, wird er später durch alle Arten von Verbrechen der Unmenschlichkeit und Gesetzlosigkeit gekennzeichnet sein. Er zeigt gegen alle Menschen, aber besonders gegen uns Christen, einen mörderischen und äußerst grausamen, gnadenlosen und listigen Geist. Auch in einem weiteren Ausschnitt seiner Schriften ist Interessantes zur Gegenwart zu finden. In Absatz 13 ist zu lesen, Zitat Dies aber lehren wir nicht aus eigener Erfindung, sondern wir haben es aus den in der Kirche verwendeten heiligen Schriften gelernt, vor allem aus der eben gelesenen Prophezeiung Daniels, wie sie auch der Erzengel Gabriel interpretierte, indem er sprach. Das vierte Tier wird ein viertes Königreich auf Erden sein, das alle Königreiche übertreffen wird. Und dass dieses Königreich, das der Römer ist, ist die Überlieferung der Interpreten der Kirche. Hier endet das Zitat Ich finde es überaus interessant, dass Schauungen, die schon so lange vor unserer Zeit gesehen wurden, noch aktuell für das Hier und Jetzt sein können. Es zeigt, dass die Prophetien von Anfang an darauf ausgelegt waren, die Menschheit vor allem Unheil zu warnen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr zum einen meinen kleinen Kanal teilen würdet, aber natürlich auch darüber, wenn ihr ihn abonniert und einen Daumen hoch da lässt. Um nichts zu verpassen, aktiviert am besten die Glocke. Ein von Herzen kommendes Vergelts Gott für alle, die mich finanziell unterstützen. Ohne das könnte ich diesen Kanal nicht fortsetzen. Auch an meine lieben Kanalmitglieder ein herzlichstes Dankeschön. Als kleiner YouTube-Kanal ist man von dieser Unterstützung absolut abhängig. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. Und denkt daran, bleibt neugierig und offen für alles, was uns diese Welt zu bieten hat. Viele Grüße, eure Marion und das Mystinarium.